und danach tötet ich die nuss danach tötet ich ganz sicher dass wir uns ein Bett leisten können oh ja weil dann haben wir keine Sorgen mehr vielleicht sollten wir könnten auch hier oben lang da wo ich hergekommen bin da waren ziemlich viele Dodos ja ich weiß bei mir auch aber jetzt ist mittlerweile ein neuer Tag da jetzt in der Nacht sowieso nicht aber Bargues jetzt wird es zu holen im Moment hat mir jemand das Licht ausgeknipst mein Nase läuft schön ist ich konnte die alte auch gleich noch ignorieren wo zum Henker hab ich doch fleißig sachen auf dann glaube ich immer bin immer am grapschen der war so flach nicht dass er sogar gut war so ich kann jetzt wieder ich will das mal bauen was ist das aber ich hab keinen Platz mehr haben wir noch ein Lagerfeuer gehabt? ok baue ich gleich eins mit hat der glaube ich auch gefressen dann lass uns mal nach Hause gehen du langsam war die Nachspeise so ab nach Hause das ist ein alter Buch in dem Bambus muss man nur eine Weile drin stehen bleiben und grapschen ja auch boah ist der groß ey oh und da kommt ein Adler oh jetzt gibt's Beef hauen die sich jetzt gleich? was meinst du? ah no ähm der läuft da aber wenn du bist unten du bist hier unten ne? ja 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 wollten wir nicht oben lang? weiß ich nicht ich weiß bloß dass sich jetzt zertrampeln lassen von dem? ja nein 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 ah 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 aua mir geht's gut ich hab bloß Angst vor dem Adler wirklich da unten lang rennen und dann andere Seite wieder hoch? hä? da bist du hier nicht achso ach jetzt verstehe ich alles klar ist ja hier oben bei unserem Wasserfall ich dachte wir wären da unten schönes Lagerfeuer so was hat denn der jetzt alles kaputt gemacht die Drecksau rausfinden da das hat er kaputt gemacht das nicht das auch nicht das auch nicht das ist ganz das ist auch ganz das nicht das oh du bist das aber finster du das das boah hat der Vieh kaputt gemacht habt ihr da hingelegt ne? jo sofort ich bin hier bloß am reparieren oh der packt die Post war da ich merk schon wow der hat die ganzen Bodenplatten höh läufst du Zeit Daniel ähm so ich kann craften alter 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 okay was hab ich denn was was hab ich denn das hab ich zweimal gut ähm das brauch ich definitiv öfter als zweimal das hab ich okay dann baue ich erstmal das hier dann eins davon und dann baue ich das so ich hab das hier ich weiß zwar nicht was das ist aber ach ne Säule das ist ne Holzsäule Daniel wollen wir Säulen für was braucht man Säulen Säule? ja ne Säule ja wenn man jetzt weißt schon wenn man äh kann man die Ecken wahrscheinlich ne wie in Rast weißt du da musstest du auch Säulen setzen ich weiß nicht ich setz mal ne Säule hier draußen um das Haus stabiler zu machen glaub ich ich probier's mal okay ich hab ne Säule gesetzt okay ich kann ne Decke draufsetzen das ist nett Alter hab ich mich erschreckt oh nein 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 nicht pfeifen so ne Wand kann ich aber nicht dran setzen dann ist es scheiße kann ich nen Zaun bauen? nein kann ich nicht okay das heißt ich reiß das Ding einfach wieder ab oh oh der Schiss hat mich voll da weggeschossen hast du es gesehen? ja ja da waren wir haha hier mal eine Art Lust hier auf andere Art uuuhh ja oh ne jetzt hör auf mach ich mal lieber Tür zu wenn du da oben pfeifst ja ähm so rum so das war's das war's mehr hab ich nicht ja nochmal losgehen oder wuuhh warten bis hell wird ähm wir sollten ein bisschen wenigstens warten eigentlich nehm ich auch äh die ganze Scheiße ist echt voll blaue Ding ist aber jetzt schon lange da an der Stelle ne ja ja so 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 haben wir noch Fleisch ne ich hab keins doch hier ist noch erste grad die ganze Zeit Bären immer ich kann dir eins abgeben wenn du möchtest ne ok geht noch war eh nur geblufft oh das ist aber ja was schlepp ich denn jetzt mit mir oh ich hatte ja noch ne Decke na dann hier Lücke ja wunderbar juhu ist das wunderschön ja und die muss ja bleiben wegen Treppe wollen wir dann noch ne dritte Etage haben ja umso höher umso sicherer aber wenn die unmaß wegfressen dann abwärts ne aber es dauert wenigstens bis dahin haben wir Zeit ja man kann natürlich erstmal hochklettern und sich überlegen springe ich jetzt raus oder nicht ne das sicherste ist halt dann wegen dem Spawnpunkt weißt du wir sind ganz hoch setzt das das Bett dann in der 20. Etage ja klar brauchst du halt zwei Parts bis du unten angekommen bist aber das ist ok ja ja dann lass uns losziehen kriegen wir schon hin oder ich könnte eventuell Fiber haben wir Fiber irgendwo war doch Fiber so warte mal ich nehme mir mal die Steine mit denn hier haben wir noch ne Slingshot Alter du bist schon Level 20 echt ey ab Level 25 kann ich die Dinger da machen ja bin glaub ich 13 oder so ne ähm ja hast du Touch ok fast 14 fast 14 ne ich hab alles hab dir alles dir gegeben naaa wieso tust du sowas musst du äh musst du wieder ne mit der Spitzknacke Palm weg äh ne ne lass mal ja hab ich grad nicht die Motivation dazu ich habe aber paar Steinchen dabei deine Mama steht hinter dir ja Entschuldigung so Daniel dann lass uns auf von hier kommen wir suchen komm komm durch Wolle mal kurz was äh nichts du sau sau oh ey die falten bist du so mal falsche Richtung wie gehen da lang das wenn es nur ist wenn das reicht das erste kann ja wobei ich dachte wohl sie eine die eine eine Wand da noch sitzen ne 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 lass mal dazu hab ich jetzt keinen Nerv weil dann will ich noch ne Decke setzen wenn da komm ich nie weg weißt du na gut das ist ja schon ein bisschen mehr wie vorher ich muss nochmal tauchen ich brauch Wasser komm er trink dran geht doch also gekochtes Fleisch hält sich echt lange Daniel ja du hast die Fackeln ne ja wenn ich zu dir sage warte ist es mal wieder ausgeladen Wasser wenn du willst du dir sagen rennen dann rennst du bitte hier hoch eigentlich gleich gebrochen ja ja aber ich hab ja kein Licht sonst nein ich kann ja ein Stück leuchten dahinten fliegt ein Adler da renst du genau so zu ne Adler mag ich nicht na gut ich komm mit da sitzt ja alles nischt wir brauchen etwas kleineres als ein Adler welche Pfeiler hast du? äh sieben aber 122 Geschosse in der Schleurer Schleurer so ne Schleurer so ne zwischen zwei Ästen und so ein Gummiband ja kannst du ja nicht so ein Vogel runterschießen ich hab's nicht probiert was ist denn mit dem? was für ein Level hat der denn? was für ein Level hat der denn? oh der ist aber ganz schön groß Level 16 ok der ist mir zu groß ne da weiß ich was jetzt das mal passiert ist das ist ja so einer das sind ja drei dann auf einmal gekommen naja keine Viecher ey du bist ganz schön lahm mit deiner Fackel komm mal her ich seh nix wo noch sammeln ich sammle die gleich wieder hier ist irgendwie noch einer von denen ja aber welches Level hat der? sieben ja das ist schon wenn du den aber angreifst kommt der andere da hinten auch ja aber das macht nichts wenn du ne gute Position hast so weiß nicht zwei Kilometer über ihnen weil wenn wir uns so weit von unser Zuhause entfernen sterben wir meinst du? war schon immer so was heißt denn war schon immer so? ich muss... jetzt regnet es auch nur jetzt werden wir erfrieren da ich habe einen gefunden den können wir töten ohne dass es sich wehrt ja du meinst du töten ich halte Licht ja dann komm weil der wird rennen was füllt der? der wird rennen der wird wegrennen ja meinst du? ja das Niel fährt ach das Niel fährt auf die Plätze fertig da ist ein Bär meinst du hey stehen bleiben Polizei warte das zielt nicht hallo ey wenn du Richtung T-Rex rennst hasse ich dich bleib doch stehen oh hinter mir was denn? irgendwas haut mich au 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 ich sterbe ja ich bin auch gleich tot ich bin tot weil ich versucht habe dich zu retten aber was ziehst du ein Raptor an ja mich vernahm ne ich bin dir doch bloß hinterher gerannt ja aber du hättest doch hören müssen dass ihr dir irgendwas drehen ne ich hab's erst immer jetzt mit dem Rücken gebissen ja das sind eben Räuber ne weißt du da wollten wir einmal Räuber sagen ey ich bin zu ich hab's noch gesagt ne gehen wir und dann vor allem nachts wenn wir jetzt beide noch mal mit gewesen wären Moment mal da ist ein T-Rex ja ich bin zu Hause ja auch glaube ich zumindest nichtes Zweck genau ja ja so wasser voll genau ich gehe rechts lang und du ja ich auch also da an der glatten Seite könnten wir vielleicht unsere Leichen lupen wenn wir Glück haben ja oh ich hab Rakentino getötet oh das war das nicht mal die Frage ne ich glaub da hinten ist ein Togel muss ich bloß gucken ich verreck wer nicht noch weiter auf den draufhau aber oh da hinten renter T-Rex das ist jetzt ein das ist nicht gut vielleicht ich weiß nicht mehr genau wo ich gestorben bin ich schon so ich hab wieder fünf Pelze die muss ich gleich nach Hause bringen bevor ich wieder sterbe weil fünf Pelze da ist hier irgendwo ach wie bist du schon dort wo du gestorben bist oder was ja in der Gegend ja wow bist du schnell war hier irgendwo ein Stein war das wo ich da nicht mal weiter konnte ja vergesst nicht dass da ein Raptor spaziert ne das habe ich keinen gesehen man ich hab man ey das gibt's doch nicht und vor allem dass du immer auch recht haben musst wenn wir so weit von zu Hause weg gehen dann sterben wir ja das ist blöd weil die Räuber die liegen ja eigentlich irgendwo in Deckung und lauern ja aber ich glaub nicht dass der in Deckung gelauert hat ich glaub wir waren einfach zu blind die zu sehen ja weil der ist hinter mir hergerannt weil ich hatte ja Licht ne war ja für ihn günstig also ich bin gleich da oh ne hier ist ein Adler auch nö vielleicht hier irgendwo ich glaub wir sind weiter da hinten gerannt ne du suchst ihn jetzt verzweifelt ne alles so gleich aus ja kennst ja ne wie sie hab ich ja auch immer ewig gesucht noch mit der Leiche oh ja hör auf ey halbe Stunde später also ich muss doch hier irgendwo gelegen haben und dann immer zwei Minuten vor du ist das hab gefunden Frage ist jetzt sicher dass du ähm Daniel sicher dass du bei uns in der Nähe von zu Hause bist ja ok ich seh dich bleib mal stehen ich seh dich ja wo bist du denn gestorben wenn ich wenn ich wehs bin du gestorben raptor 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 oh ja au 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 nein dass man dann auch nicht rennen kann mehr ah da kommt der hier hoch das ist doch beschiss hihihi echt man ist dann wie man rennt dann wie als ob man in einer festzelt oh du bist ja toll jetzt bin ich zu nem Pflanzenfresser gerannt weil ich mir dachte ja vielleicht rettet er mich und dann hat er mich umgenockt aber jetzt habe ich dann langen Weg vor mir ja ich auch das kann ich aber wieder Dudes töten wo bist denn du an so am Strand wieder wo die Dudes rumrennen der Strand ist ja ok wo wo hihihi er hat nicht mal Felle gegeben die Sau nur Fleisch und was mit seiner Pelle die wollte ich auch haben ich hatte ja 5 Pelze mit dem wo ich dahin gerannt bin da dachte ich mir renste gleich heim speicherst dir die 5 Finger da hab ich mir gedacht nee ach Moment mal ich muss mal gucken kurz auf der Karte aber ich bin mir sicher äh nein ich muss mal da lang ich muss gar nicht diesmal ich auch ich muss diesmal oh mich verfolgt ein Krokodil und ein Raptor das ist doch beschiss komm ich denn jetzt an den scheiß T-Rex vorbei das ist so übertrieben alter das ist so übertrieben oh ja ich spawne und werd schon attackiert von dem Kackraptor der war ein Level höher wie du der war Level 2 ich bin Level 20 bei mir stand Level 21 da war der Raptor so und wo bin ich jetzt am Arsch der Welt tatsächlich am Arsch der Welt im Süden oh ich mach nen Schnitt das ne ne also wirklich ne 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 ne